Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir befinden uns hier auf einer winzig kleinen Skyblock-Insel. Und Moment mal, sobald wir ja geradeaus weiterlaufen, spawnen unter unseren Füßen zufällige Blöcke. Das ist wirklich so cool. Wir können die Skyblock-Insel wirklich richtig, richtig groß erweitern, indem wir einfach näher weiterlaufen. Und mit den zufälligen Blöcken können wir unsere Skyblock-Insel wirklich richtig, richtig groß erweitern. Oh, das stimmt, das ist so cool. Und schau mal Kata, wie cool ist das denn? Wir haben schon ein bisschen Eisen und was ist denn hier los? Wir kriegen so eine coole Blöcke hier raus insgesamt. Wir haben einen Nordblock und wir haben hier sogar schon, oh, Obsidian. Moment mal, hier ist Holz, hier ist Holz. Tschüss Kata. Was ist denn hier los? Oh, oh, Moment mal, dann hole ich hier auf jeden Fall schon mal das Holz mit. Oh, guck mal Kata, wir haben schon ein bisschen Holz. Hier ist sogar schon ein Emerald. Wie cool ist das denn? Und wir müssen wirklich so doll gut aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Okay, dann hole ich hier auf jeden Fall das Holz auch mit. Und Moment mal, Kata, hier ist sogar ein bisschen Eisen. Das können wir mit einer Steinspitzhacke abbauen. Okay, okay, ich mache schon mal ein Crafting-Table. Den platziere ich hier in die Mitte rein. Und schau mal, unsere Skyblock-Insel. Das sieht richtig lustig aus. Gott, du bist auch noch mal runtergeblumst. Ich fahre hier immer runter, warum? Okay, dann würde ich sagen, ich mache mir auf jeden Fall schon mal eine Holzspitzhacke. Oh, dafür fehlt mir noch ein bisschen Holz. Haben wir hier noch irgendwo Holzkatscher? Diamanten haben wir. Oh, Diamanten. Okay, das ist sehr nice. Oh, tatsächlich, hier ist Holz. Okay, so und so, dann nehme ich das Holz hier schon mal mit. Zack und zack und bitte aufsammeln. Und hier haben wir sogar Diamanten. Und hier haben wir sogar ein kleines, naja, Fass insgesamt. Und sogar ein Kürbis. Das ist ja wirklich so cool. Okay, dann crafte ich das hier auf jeden Fall auch um. Dann mache ich mir eine kleine Holzspitzhacke. Das Fass stellen wir hier hin. Oh, tatsächlich, Kata. Oh, wir haben schon den Ofen. Das ist tiptop gut. Okay, dann baue ich auf jeden Fall den Stein hier ab. So, bitte abbauen. Und zack, haben wir noch vielleicht ein bisschen Stein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich sehe hier weit und breit ganz so gar nichts. Okay, hier haben wir auch einen kleinen Ofen. Hier haben wir sogar Eis. Das ist cool. Okay, dann geht es hier weiter. Und hier haben wir noch mehr Holz. Ich brauche noch ein bisschen, naja, Stein insgesamt. Oh, oh, sehr nice. Oh, ja. Und schau mal, Kata. Wir haben hier auch ein bisschen Kohle. Oh, die Kohle kann ich schon mal abbauen. So, bitte ein bisschen Kohle. Dann haben wir hier auch einen Ofen. Moment mal. Hier haben wir, glaube ich, auch einen Ofen. Den kann ich auch abbauen. Bitte hier den Ofen und den Ofen hier auch, bitteschön. Das macht so, so doll viel Spaß. Und schau mal, Kata. Ich platziere die Öfen mal hier hin vielleicht. So und so. Mmh, sehr gut. Sehr nice. Okay, Kata. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, naja, noch zwei Steinies finden, damit ich mir eine Steinspitzhacke machen kann. Und mit der Steinspitzhacke kann ich das Eisen abbauen. Und wenn wir genug Eisen haben, dann kann ich die Diamanten abbauen. Das ist sehr nice. Okay, haben wir hier noch ein bisschen Stein. Die habe ich sicher. Weiter breit ganz so gar kein Stein. Oh, oh. Hier ist noch ein Ofen. Dann haben wir noch eine Schalkerbox. Hier ist richtig viel Wolle. Die Wolle baue ich ab. Oh, das ist sehr gut, Kata. Und Moment mal, mit der Wolle könnten wir uns kleine Bettchen bauen. Stimmt, du hast recht. Okay, warte mal. Ich nehme hier noch ein Crafting Table mit. So. Aber keinen Stein hier insgesamt. Oh, oh. Das war so gar nicht gut. Moment mal. Ein paar Schalkerboxen nehme ich auf jeden Fall auch mal mit. Die nehme ich mit. Und die Schalkerboxen nehme ich auch mit. Und zack. Wir haben hier sogar einen Slimeblock. Das ist ja cool. Okay. Dann geht es hier weiter. Dann sind hier noch ein paar Semaragde. Oh, ich brauche ein paar Steinies insgesamt. Hier ist ein Eisenblock. Das ist ja nice. Oh, nice. Ich würde hier auf jeden Fall viel Holz sammeln. Wenn du Holz brauchst, ich habe eine Menge. Oh, das ist sehr gut, Kata. Okay. Dann haben wir sogar Bedrock und Obsidian. Okay, dann geht es hier weiter. Ich brauche Steinies insgesamt. Und wenn wir ein bisschen Lava und Wasser bekommen, könnten wir einen Cobblestone Generator bauen. Oh, stimmt. Aber wie gesagt, Stein ist echt ein bisschen wenig hier vorhanden. Oh, das stimmt. Okay, Moment mal. Hier ist nochmal ein Eisenblock und sogar ein Kohleblock. Den Kohleblock kann ich schon mal abbauen. Bitte den Kohleblock hier insgesamt. Und zack. Sehr gut. Okay, okay. Noch ein Diamant. Oh, das ist sehr gut, Kata. Wir haben noch ein Diamant. Den Kohleblock kann ich hier schon mal reinlegen. Und ich habe leider erst einen Steinie. Okay, okay, Kata. Dann würde ich sagen, ich erweiter hier die Skyblock Insel noch richtig, richtig doll weit, bis ich einen Steinie finde. Oh, und guck mal. Hier ist ein bisschen Cobblestone Epic. Schau mal. Oh, tatsächlich. Oh, oh. Ich bin eins nach oben gesprungen. Moment mal, ich muss hier nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das bitte abbauen. Okay. Tatsächlich, Kata. Hier ist Cobblestone. Der wird abgebaut. Jetzt habe ich schon zwei. Jetzt brauchen wir noch ein Cobblestone für eine Steinspitzhacke. Und dann können wir die ganzen Eisenblöcke abbauen. Das ist so cool. Okay. Bitte hier noch ein Cobblestone insgesamt. Und Moment mal. Hier ist auf jeden Fall noch ein Kohleblock. Und hier ist sogar ein Melonenblock. Das ist ja cool. Oh, sehr nice. So, und so, und so. Der Melonenblock wird abgebaut. Und ein paar Melönchen insgesamt. Das macht wirklich so doll viel Spaß, Kata. Wir können hier unsere Skyblock-Insel wirklich richtig doll groß erweitern. Und, naja, unter unseren Füßen spawnen einfach zufällig verschiedene Blöcke. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einen einzelnen Steinblock. Hier ist sogar noch ein bisschen Eisen. Oh, hast du Stein? Bitte schön. Oh, danke schön, Kata. Du hast Stein gefunden. Au. Oh, ein Spawner ist gespawnt. Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich crafte hier hinten auf jeden Fall, naja, die Steinspitzhacke. Steinspitzhacke, so, und so, bitte die Steinspitzhacke. Oh, sehr nice. Und mit der Steinspitzhacke kann ich jetzt hier tatsächlich das ganze Eisen abbauen. Moment mal, wir haben hier einen Eisenblock. So, und so, bitte aufsammeln. Oh, warte, warte, warte. Und den Eisenblock hier baue ich natürlich auch ab. Und zack. Sehr nice. Dann baue ich hier natürlich noch die Melode ab. Okay, Moment mal, wir haben jetzt auf jeden Fall 27 Eisen. Das ist richtig, richtig doll viel. So, und so. Dann mache ich auf jeden Fall zwei Eisenspitzhacken. Und zack. Und Moment mal, Kata. Ich gebe dir eine Eisenspitzhacke. Und guck mal, bitteschön. Oh, vielen Dank. Dann kann ich auf jeden Fall ein paar Diamanten holen. Das stimmt. Die Emeralds hier können wir auch abbauen. Hier das Gold können wir auch abbauen. Das ist wirklich so nice. Und Moment mal, Kata. Wir könnten hier auf jeden Fall auf dem Skyblock ein richtig, richtig doll süßes Häuschen bauen. Stimmt. Okay, warte mal. Ich hole Diamanten. Oh, das ist sehr gut. Ich habe auch schon, naja, einen Diamanten. Und, naja, zwei Block of Emeralds. Und insgesamt... Oh, einer ist runtergefallen. Kata, nein. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Okay, den Diamant sammle ich hier auch auf. Dann würde ich sagen, ich baue auch auf jeden Fall ein bisschen Redstone ab. Dann ist hier noch ein Emeraldblock. Der wird natürlich auch aufgesammelt. Und Moment mal. Dann erweitere ich hier auf jeden Fall die Skyblock-Insel noch ein bisschen. Und wir könnten hier vorne vielleicht unser Häuschen bauen. Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Oh, ja. So und so. Hm, okay. Aus welchen Blöcken wollen wir denn unser Haus bauen? Äh, entweder aus Holz. Ich habe viel Holz. Lass uns das Holz bauen, okay? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe auch ein bisschen Holz. Zack und zack. Okay, okay. Dann mache ich hier auf jeden Fall noch ein Crafting-Table hin. Und flop. Und Moment mal, Katja. Willst du mir ein bisschen Holz geben? Ja. Warte, warte, warte. Guck mal, bitteschön. Das kriegst du. Das kriegst du. Das kriegst du. Das kriegst du. Bitteschön. Danke dir. Sehr nice. Ganz viel Holz insgesamt. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen hier hinten ein richtig süßes, kleines Näherhäuschen auf unserer Skyblock-Insel. Zack und zack und zack. So und so. Dann würde ich sagen, ich mache hier auch noch eine kleine Tür hin insgesamt. Die Tür könnten wir vielleicht hier vorne platzieren. Die kommt ganz genau hier hin. Oh, das sieht so doll süß aus. Und zack. Schau mal, Katja. Unser Dach ist fertig. Ah, perfekt. Oh, unser Haus sieht wirklich so, so doll lustig aus. Und hier oben die ganzen Blöcke. Und hier ist noch ein kleiner Spawner. Das ist wirklich so lustig. Und schau mal, Katja. Wenn ich jetzt hier oben entlang laufe, dann spawnen unter mir wieder wirklich richtig viele Blöcke. Oh, sehr nice. Oh nein, epic. Ganz viele Blöcke. Es gibt. Und das ist ein Diamant. Das ist ein Diamant. Oh, schnell den Diamant abbauen. Und Moment mal, Katja. Ich mache für uns beide jetzt eine Diamantspitzhacke. Das wäre cool. Oh, sehr gut. So und so. Und zack. Oh, sehr gut. Und Moment mal, Katja. Hier ist deine Diamantspitzhacke. Bitteschön. Dankeschön. Oh, sehr nice. Und warte mal. Wir könnten hier vielleicht ein bisschen mehr Gras auf dem Boden platzieren. Dann spawnen auch wirklich richtig viele Schweindies. Und dann haben wir eine kleine süße Farm hier tatsächlich. Schau mal. Hier ist ein bisschen Gras. Wir könnten vielleicht von hier hinten nach da eine Erdspur legen. Das wäre okay. Das stimmt. Das ist eine richtig gute Idee. Okay, okay. Wir müssen die auf jeden Fall immer verbinden, damit das Gras bis zu den Spawnern da hinten hinwächst. Oh, und schau mal, Katja. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall von dem Grasblock eine kleine Erdspur gelegt bis zu dem Spawner hier vorne. Dann würde ich sagen, wir machen noch ein paar Zäune insgesamt. Und dann haben wir hier ein süßes kleines Schweinegehege. Das ist cool. Okay. Da brauche ich jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar Zäune. So und so. Okay. Ich habe schon drei Zäune. Die können wir auf jeden Fall näher hier hin platzieren. Oh, das wird so eine doll süße Farm. Und da hinten ist schon ein kleines Schwein gespawnt. Oh, hi, Schweini. Das ist ja süß. Oh, und schau mal, Katja. Hier ist das ganze Gras gewachsen. Dann baue ich hier auf jeden Fall den Zaun einmal drumherum. Und hier spawnen so viele Schweine. Das sieht so ganz süß aus. Ich bin ein bisschen schon hier ausgebrochen insgesamt. Ja, was ist denn hier los, ihr Quatschmacher? Moment mal. Zack, 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 zack. Ey, was ist denn hier los? So, ein bisschen auf die Seite. Hier kommt der Zaun hin. So und so und so. Oh, jetzt haben wir richtig noch viele Schweine hier. Wie süß das ist. Und die sehen wirklich richtig noch lieb aus. Sehr cool. Oh, Katja, die klettern hier einfach drüber. Was sind das denn hier für Quatschmacher? Ach so, wegen dem... Oh, nein. Nicht drüber, Kletzl. Da darf ich noch ein bisschen weiter nach hinten machen. Moment mal. So und so und so. Ich mach das hier schweineausbruchssicher. Und zack, tiptop. Oh, das macht wirklich so doll viel Spaß, Katja. Wir bekommen wirklich so doll viele verschiedene Blöcke hier raus. Und schau mal, unsere Skyblock-Insel ist wirklich schon richtig, richtig doll groß. Das macht wirklich so doll viel Spaß, Katja. Es bauen einfach zufällig Blöcke unter unseren Füßen. Und wir haben wirklich eine richtig doll süße kleine Skyblock-Insel hier gebaut. Oh, sehr cool. Oh, das stimmt. Das sieht voll schön aus. Und ich hab einfach insgesamt fünf Diamanten und vier Diamant-Blöcke. Epic. Das ist so heftig. Das ist richtig, richtig doll nice. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und einen Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.